Moin und willkommen zum neuen Video und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Ja, hallo. EcoFlow hat eine neue Batterieserie rausgebracht, bzw. die kommt jetzt nach und nach. Eine Wasserdichte und sogar bis minus 20 Grad und soll 0 Dezibel haben, also sehr leise bzw. soll man gar nicht hören. In der Beschreibung habe ich euch einen 5% Gutschein eingetragen. Nutzt doch meinen Code und dann kriegt ihr 5% Rabatt. Und ich freue mich schon, wenn die nächsten Powerstationen wasserdicht rauskommen von EcoFlow. Auch die entwickeln sich immer weiter. Und hier gibt es auch tolle Angebote und tolle Sets mit Geschenken sogar dazu. Das seht ihr hier auch in meinem Video. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Shoppen. Guckt euch die Produkte an und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denn ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev Ich bin runterge恭喜. Ja, deswegen소리